hallo und herzlich willkommen wieder mal auf meinem kanal ja heute teil 3 der speed champions der neuen reihe und heute möchte ich euch die 76 918 vorstellen den mclaren solos gt und den mclaren f1 limon die anderen teile hatte ich euch ja bereits schon gezeigt hier in dem bereich haben wir das größte set ja es sind insgesamt zwei fahrzeuge mit enthalten wie man nur unschwer erkennen kann und hier haben wir dafür insgesamt auch 581 teile zwei minifiguren sind mit dabei und das ganze hat eine uvp von 44 euro und 99 cent die anderen speed champions die hatten immer eine uvp von 25 euro also wenn ihr euch da beide kaufen würdet dann hätte da 50 euro hier erlässt man euch in dem sinne 5 euro ich wundere und dafür habt ihr dann halt einfach zwei fahrzeuge im doppelpack ich muss zugeben der solos gt gehört jetzt nicht unbedingt zu meinen favoriten in echt ein wahnsinnskarre definitiv sieht super toll aus der lego abklatsch finde ich jetzt nicht zu 100 prozent getroffen aber hier der f1 limon der gefällt mir sehr sehr gut auf dem bin ich schon richtig gespannt und ich lasse mich überraschen was mich hier erwartet bei dem fahrzeug rückseite da sieht man es auch noch mal was ich gerade erwähnt hatte hier der solos gt so es sieht ja in real aus die lego version ihr erinnert euch also ich finde es kein hundertprozentig treffer muss ich zugeben da ist es hier beim f1 schon ganz anders den finde ich ganz gut getroffen in dem bereich aber das werden uns anschauen ich werde jetzt auf jeden fall mal die box auspacken wir schauen mal was sich in der box befindet und somit melde ich mich auch gleich zurück mit einer offenen box so der inhalt ihr seht schon insgesamt vier bautütchen ja also tüte 1 und 2 betreffen hier den solos gt habe ich schon mal reingespickt in die anleitung tüte 3 und 4 hier den f1 ja also es gibt dann jeweils noch mal ein paar sticker mit dazu habe ich jetzt auch nichts erwartet sowie eine grundplatte ein fahrzeug von beiden wird sich auf keiner grundplatte bewegen ich bin mal gespannt welches von beiden das wird da habe ich mir jetzt noch nichts genaues angeschaut aber letztendlich gesehen kommt es nach auf die bautechnik drauf an und ich kann mir vorstellen das betrifft hier den solos gt dass der keine grundplatte hat vom design her macht das am meisten sinn so ich fange an zu bauen ich rechne pro modell ungefähr mit 45 minuten die mal daumen ist realistisch habe ich freue mich schon richtig drauf denn speed champions machen immer spaß und dementsprechend habe ich jetzt auch richtig lust darauf loszulegen und melde mich gleich mit dem fertigen ergebnis dann direkt zurück so dann wäre ich auch schon wieder durch mit dem bau ich beginne direkt mit dem mclaren solos gt ja also ihr seht jetzt hier schon das ist eigentlich genau so wie ich ihn erwartet habe also hier hält sich meine begeisterung leider ein wenig in grenzen was ich ja richtig richtig cool finde ist die minifigur das ist nämlich eine weibliche fahrerin ja das gefällt mir sehr sehr gut muss ich sagen soll auch mal eine dame mit einem start sein das war ja in alten serie aufertreten noch leider viel zu selten und das modell selbst aber muss ich sagen naja es hat wenig sticker das ist schon mal soweit ganz gut aber dafür auch wenig prints das ist nur die scheibe und die scheinwerfer vorne sind beprintet und hier könnt ihr auch noch mal die minifigur dazu selbst sehen also der rennanzug finde ich klasse definitiv die dame hier in dem bereich auch gefällt mir sehr sehr gut und die macht schon definitiv was her selbst zum modell ja es waren ein paar nette bautechniken dabei also zum bauen her hat das ding echt spaß gemacht muss ich sagen das war schon relativ cool aber einfach das gesamtergebnis von der optik her kommt schon das erste teil ab es ist eine wackelige angelegenheit bei diesem set hier ja deswegen meine begeisterung hält sich jetzt hier in dem bereich ein bisschen in grenzen es ist okay das ist okay ich habe mich hauptsächlich dieses modell gegönnt wegen dem anderen modell was ich euch jetzt zeigen nummer zwei im bunde genau den habe ich gemeint das ding ist ultra cool in meinen augen also der hat mir so spaß gemacht zum bauen er ist wirklich auch optisch super gut gelungen also hier kann man ganz ganz klar raus sehen dass es sich hier um ein mclaren f1 handelt und das ist ein wunderschönes modell also der gefällt mir extremst das merkt er wahrscheinlich auch schon an meiner begeisterung minifigur soweit in dem bereich ist okay ist okay es ist jetzt nichts besonderes ich zeige es euch auch noch mal ganz kurz ja da gefällt mir der rennanzug der dame schon wesentlich besser hier einfach auch nur eine normale hose an und das war es dann auch schon also ja passt schon aber das modell ja also auch hier in dem bereich nur ganz ganz wenige prints leider ja also es gab jetzt hier einen an der frontscheibe was hier in dem bereich ein print war und ihr seht es hier auch im heckbereich dann noch mal aufkleber dementsprechend ja ja das hier ist auch beprintet hier der teil das sind also so einmal sechs plates waren das ja und wann ist sechse doch wann glaube ich nichts waren achter plates achter plates die hier beprintet wurden ganz schön hier auch mit diesem paddel in der seite ja in der tür auch ganz nette bautechnik hier in dem bereich da könnt ihr das dann auch noch mal sehen ist nett gemacht auf jeden fall auch hier von der front her wie man jetzt hier diese schräge mit hinbekommen hat ja finde ich super super gut und was mich natürlich persönlich auch immer bei welchen speed champions in dem bereich einfach stört sind die beprinteten scheinwerfer vorne und das hat man hier auch zum glück nicht getan sondern man hat hier ganz klar gesagt nein brick bild und das finde ich tausend mal schöner das mclaren hier vorne drauf ist übrigens auch ein print ja und das hier sind wieder aufkleber in dem bereich sieht man auch wieder wie schief ich das geklebt habe aber er ist einfach extrem gut also der macht schon echt laune und gefällt mir wahnsinnig gut dieses modell so viel zu den zwei fazit und zusammenfassung ja leider schon wieder am ende ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut ist ja wieder auf die neuen speed champion modelle und das waren ja wirklich sehr sehr schöne modelle dabei auch modelle wieder die überraschen und ja ich bin ein bisschen traurig denn ich habe es jetzt alle gebaut das ging alles mal wieder viel zu schnell irgendwie aber jedes einzelne modell hat einfach einen bleibenden eindruck hinterlassen positiv natürlich gemeint und das hat auch richtig richtig spaß gemacht das set was ich euch jetzt gerade noch gezeigt habe zum doppelpack ich finde schade dass die beiden modelle mal wieder nur im doppelpack gibt denn für mich war es einfach ein highlight modell da drin und das andere modell was mich eigentlich weniger interessiert optisch als auch so von der bauweise her ja der bau hat spaß gemacht aber es ist einfach nicht dasselbe und deswegen finde ich es ein bisschen schade dass es dieses set wirklich nur im doppelpack gibt und 45 euro ist dann natürlich auch eine hausnummer doch ich verlinke euch alle modelle noch mal mit unten rein dann könnt ihr euch das auch gerne anschauen ja und dann werdet ihr sehen dass ihr das nicht bezahlen müsst was die offizielle uvp ist also hier gibt es immer wieder gute angebote und da lohnt es auch immer wieder tagtäglich fast mal reinzuschauen da ändern sich die preise stetig wenn ihr über diesen link bestellt bekomme ich natürlich eine kleine provision wird mich tierisch darüber freuen natürlich und sagt jetzt auch schon mal danke ihr wisst ich verfolge hier gute absichten und da habe ich definitiv mal noch was geplant für euch was ich euch auch noch zeigen möchte ja ich freue mich auf jeden fall dass ich die modelle jetzt dann zusammen zu meinen anderen speed champions mit ins in die vitrine stellen kann da werden sie auf jeden fall gut aufgehoben werden und es macht definitiv was ja es freut mich wahnsinnig die jetzt auch wieder in meiner sammlung aufnehmen zu können ich hoffe ich habe euch mit dem video auch wieder ein bisschen weiterhelfen können das hat auch spaß gemacht mir hat es in jedem fall spaß gemacht ja und wenn ihr das gerne weiterhin verfolgen möchtet lasst mir gerne ein abo da wenn es euch gefallen hat daumen hoch ganz klar und ansonsten wünsche ich euch natürlich auch weiterhin viel viel spaß beim bauen und freue mich auch schon wenn er das nächste mal wieder bei mir zuschaut auf meinem kanal bis dahin eine gute zeit danke noch mal fürs zu sehen euer brick nick bis zum nächsten mal dankeschön